Ich schaue vor, die Ups, die Downs und all die Comments. Reaktor. Online. Sensoren. Online. Weapons. Online. All Systeme. Normal. So, Drink and Drive ist eine lustige Sache, aber was bringt das denn, wenn wir da nicht noch eine gewisse Schwierigkeit so in der fortlaufenden Stunde mit reinbringen? Oh, oh. Deswegen habe ich mir immer so ausgedacht, so dilettant habe ich mir gedacht, so eigentlich muss es den Jungs immer das Leben so richtig schwer machen, überhaupt hier heute Abend irgendwas zustande zu bringen. So, dadurch, dass wir kein CW machen, ist ja das bei Puck eine gewisse schwierige Sache, weil das ja durchaus von fähigen Gegnern abhängt, ob man jetzt ein schweres Leben hat oder nicht. So, da schwierige Gegner aber allgemein bedingt durch unsere Tiere, weil wir wirklich rar sind. Mein Gott, was glaube ich gerade für einen Scheiß. Egal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt mal jeden Namen gerade so fein säuberlich in einen Raster eingetragen und ihr kriegt jetzt von mir ab jetzt jede Runde einen Gegner angesagt, der abgeschossen werden muss und derjenige, der ihn abschießt, bekommt einen Punkt. Und der Gesamtsieger davon kriegt dann von mir noch eine kleine Überraschung am Ende. Das heißt also, es geht nicht ums Gewinnen und Verlieren, es geht darum, dass diese besagte Person, die ich zum Abschluss frage, von einem von uns abgeknallt wird. Klar, Sorak? Ich bin verwirrt. Ich bin eindeutig im falschen Mech. Ganz einfach, das ist einfach, wenn im Gegner-Team ein Mömi rumläuft, ein Mömi abschießen, der ihn abschießt, kriegt einen Punkt. Richtig. Aber es ist ja nicht nur abhängig vom Mech, sondern abhängig vom Spieler-Name. Das heißt, der Name, der wir am unsympathischsten vom Gegner-Team sind, den würde ich ansagen. Es ist also eigentlich gezieltes Mobbing. Das war schon Griefing, oder? Das wäre am unsympathischsten vom Gegner-Team, der muss abgeschossen werden. Ne, pass mal auf, pass mal auf. So eine Dinger haben wir schon drauf gehabt. Damals zu 8 oder wo das noch so ging, also gar und gäbe das Trinkendrive gut lief. Alle mal eine Handspeckerin oder sonst irgendwas drin oder irgendwas, was schnell war. Dann haben wir uns eben auf der anderen Seite ausgesucht, sind hin hier ran, haben den wirklich zu 12 oder 8 niedergemacht damals und dann haben wir uns abgeschalten. Dafür war es heute reported. Wieso? Non-Participation. Genau das. Nicht-Teilnahme. Okay, ähm, wie gesagt, Überraschung kommt am Ende für den Sieger, natürlich auch mit entsprechenden Foremposts, entsprechenden Lästerungen und Berichten natürlich immer. Noob-Berichten, so wie sich das alles gehört. Ich glaube, problematisch wird das erst, wenn anfängt, das Cockpit von innen zu beschlagen. Kann's mal passieren, oder? Da hast du nur die Klimaanlage nicht angestellt. Ich bin ja sowieso dafür, dass Mechs mal einen Becherhalter brauchen. Ja, Eisbecher gibt's. Kassen habe ich, glaube ich, gesehen, aber Getränkehalter selber nicht. Nee, das ist Sauerei. Nee, die sind irgendwie festgeklebt, die Becher. Die Getränkehalter sind los, dich. Das habt ihr ja schon in Form gelesen, also bitte. Wir warten auf den Namen. The Grey Wolf. The Grey Wolf ist das Target der ersten Runde. Der ist mir irgendwie unsympathisch. Dieser Name ist weder lustig, noch spannend, noch sonst irgendwas. New Target acquired. Ich hab ihn. Nein, du weißt, wo drin er ist. Ich weiß, wo er ist. Aber da werde ich mich nicht hinbegeben. Und die jagen mein Bein, die Schweine. Ich kann's nicht mehr. Nein. Scheiße. Ich bin Fokuss. Ah, fuck. Ich glaube, die spielen dasselbe Spiel mit mir. Ich glaub, die haben irgendwie mehr Leids gehabt. Die sind ein bisschen leichter unterwegs. Gentleman, unser Target ist noch im Rennen. Ja, der versteckt sich nicht so. Was passiert denn wenn die Rechte? Irgendwer. Ich hab den bis jetzt noch nicht mal gesehen. Ich auch nicht. Es ist Kilo. Kilo? Where the hell is Kilo? Ja, der ist irgendwie, glaub ich, unter Deck oder so. Oh Gott. Da hat sich keiner findet. Ich hab den Fokuss. Ich hab den Fokuss. Ich hab den Fokuss. Oh, ne heiße Deichi. Oh, ne heiße Deichi. Oh, ne arm gescheitert. Neue Target acquired. Right arm critical damage. Boss rifle destroyed. Right arm destroyed. Right torso critical damage. Hm. Boah, ne erst verlier ich noch. Krass. Target acquired. Left arm critical damage. Left arm critical damage. Left arm critical damage. Left... Ich hab den im Arctic Cheater. Gott. Naja, wenigstens angehalten. Was hatte der Typ denn überhaupt für Meck? Herr Helbinger, den hab ich irgendwann sogar mal für eine Sekunde gesehen direkt am Anfang. Der ist runtergefallen und ist dann irgendwo runden rumgegurkt. Und da wollte ich auch nicht hinterher springen, weil da schon eine Menge waren. Vollmeise 2. Vollmeise 2. Das klingt schon irgendwie nachm Kommunisten. Ich würde ja die letzten nehmen. Söne Namen, die sind ja dort allerletze. Ja. Stimmt. Hade recht. Diesen H3R4L1NT3. Muss ich ihn zumindest richtig taufen. H3R4L1NT3. H3R4LNT3. 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 H3R3LNT0. H3R4LNT3. H3R4LNT. H3R4LNT3. Oh ho menu m2m2 Mi3R9N. DaYm2n3. Ah ne. Den können wir nicht gemeinsam 2. Ah, da ist der Rest auch dahinten Ein Landseite Wir marschieren gerade irgendwie da die rechte Seite lang Die sind dahinten alle bei J10 oder zumindest der größte Teil Ja Wir sind ziemlich fast, spieltet dahinten Die versuchen unser Daze zu geben Ich hab hier zwei Stalker um Ida 10 Die Nova kann LAMs vertragen Ey Leute, was ist denn hier los? Da ist ja noch mehr Fuck, voll ab, ey, falsch abgebaut BASE 25% CAPTURED BASE IS BEING CAPTURED Wir sind schon zu zweit Wir sind schon zu zweit Ich könnte mal ein bisschen aufmachen Ach so Ja, weil sie alle nicht gejagt haben Ja, weil sie alle nicht gejagt haben Ich hab wirklich nicht alle Ich bin gerade einmal durch die Doppelspur Ich bin gerade einmal durch die Doppelspur Ehh Ehh Ich hab ihn 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 Tori 2.0 Yeeeey Denk dran, Maisen gibt ihn auch noch mal einen Ich bin nicht vorbei, meine Herren Ich hab ihn schon Ich hab ihn schon Ich hab ihn schon Kannst du mal hier hink Jemand da hinten noch an die Ecke kommen Hier sind so ein paar Gegner Kannst du gegen Jack und du noch die Ecke? Ja 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 Was ist denn nirgendwo? Target destroyed Julia 10 guys, so Julia 10 Ja jetzt sagen sie mich, also ihr könnt schön auf die draufholzen Was? Die Vollmeise gibt auch noch einen Punkt Die Vollmeise gibt auch einen Punkt Ich freu dich nicht, ich bin so weit weg von der Vollmeise Ich denke ich ihm Jack überhitzt, Runde um Runde Oh, Timber in Hotel Hotel? Dreh dich mal um, Kerl Dreh dich mal um, Kerl Dreh dich mal um, Kerl Nein, mein Bein Wir können die Julia 11 Der ist mir noch ein bisschen zu gut in Schuss Drücken ja nicht von der Base weg Der ist ja voll weit weg, die Sau Das war's doch eigentlich Nimm mal, Kloba So, was? Kloba? Huuuuh Kloba, dein Hotel Das macht keinen Spaß, ich hab nur noch 87 Schuss Oh, kann mal jemand dieses scheiß Hotel aus dem Spiel nehmen? Na, drei Okay Oh, na endlich, danke Vollmeise ist, glaub ich, einer der letzten gerade, ne? Ja, Charlie Vollmeise ist Charlie Nein, ich bin geleckt, ich kriege niemals rechtzeitig Da erleben noch Komm in meine Richtung laufen, ja, komm in meine Richtung Nein Nein Glückhunter hat Glückhunter ein Punkt Ich glaub ich mach das jetzt jede Runde, dass wir zwei Ziele ansagen, damit jeder eine Chance noch so irgendwie hat Ich glaub das ist es besser, wenn man zwei Ziele hat Mehr Chaos Aber dann immer einer der doppelt zählt und einer der nur einfach zählt Richtig, der erste Abschluss gilt immer zwei Punkte, der zweite Abschluss immer einen Punkt Und was mit dem Rest, ja der Rest ist Abfall, sorry Der Freunde Die Spiders sehen wir wohl nicht mehr wieder H Spiders Ah doch, die Spiders hier Brutel 6 1 Jawoll Select Autocannon Ammo at 25% Macht dir das Spaß Katze Ja Das läuft mir noch zu koordiniert, also das müssen wir besser machen Mit nem Fire Starter 750 Ja ist immer scheiße, wenn es normalerweise eine Koordination will klappt es nicht, und wenn man sie nicht will klappt es auch nicht, ne? Himmel Mit So, was haben wir denn? How do I make a Gundam und Dogma Raider? Ja Hier, stopp's im Abfall Oh, seine Eiswolle Wir Schweine! Sehen verkommen Ha Oh, fuck's man, das fuck's man Ist das? Ne Nein, sie pushen uns Oh, pushen wir zurück? Ne Nein, die Leitfreund sind es ab Nein, das sind drei Meter bis gegen drei Leitfusses Und der Rest kommt Also Was denn? Ja, der Rest kann mal Druck machen Kommt grad echt alle da hin Ja, da musst du weggehen da von mir Da stehst du mir grad Dogma hab ich gefunden Oh nein Jawoll, Atlas hab ich Neue Target acquired Heat level critical 》 Ich war geleckt. Das kann nicht sein. Ich hab grad den Dogma so im Visier. Drücke ab und noch mal zu fangen. Hattest du SMs eventuell dabei? Ja. Das sind Erklärungen. Herr Sand, was ist ihm vorbei? Alle im Gegner. Er stand schön einbeinig hinter ihm und war auf sein Bein am Halten. Und dann kam auch immer so, ey, das ist doch ein Racki. Ja, was ist es? Ich bin genackt. Gell du Feigling, ab in den Kampf. Jawohl. Auf der Adernseite. Ist euch aufgefallen, dass seitdem wir das machen, wie wir das mit Jens? Geht nicht über den See. Es scheint zu funktionieren. Bravo, ist noch da. Oh, 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 und? Der kriegt ewig. Ah, der erscheint nicht. Kerl, zwei Punkte. Ja, Kerl hat ihn. Die fick... Wir hätten einen Spider gekriegt. Ja, Kerl hat einen Spider. Echt, steht die noch? Nein, Kerl hat die Spider gekriegt. Nee, das war ja gerade der andere. Ein Kerl hat den erwischt, den Dogma. Ja, aber dieses How to make a Gundam war die Spider, meine ich. Kann ich küsse. Nee, ein Hellbringer muss das sein. Oder er hatte auch. New Target acquired. Er ist das, der hat gerade... Ich wurde gerade auseinandergenommen von dem... Dieses Mal geschafft sie. Gibt das auch einen Punkt? Von dem gekillt werden, meinst du? Nein. Nicht mal dritte Punkt. Ja, Spieli, du hast noch eine Chance einen Punkt zu machen. Gibt das Abzug? Nein. Warum nicht? Das Regelwerk ist so unausgereift. Da gibt es keine Bestrafungen für Regelverstöße. Wow. Ich bin das in der Schule. Oh, 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 und? Ey. Ey, klar, ich hol die meiner unseren Punkt. Nein, Kugel hat ihn. Kugel hat einen Punkt. Kugel hat einen Punkt. Okay, Leute, ihr könnt alle sterben. Das Spiel ist backwards. Alle ziehen wir sind raus. Alle wissen nicht. Das musst du nicht wirklich machen. Ey, ich konnte mich hier nicht mehr retten. Kuri führt mit drei Punkten. Geht ja gar nicht. Ich hätte dir da noch drauf achten können. Ich kann doch nicht mal die Namen lesen in der ganzen Zeit. Nein, du verstehst das falsch. Die achten nicht unter anderem auf die Namen. Die achten nur auf die Namen. Ach so. Nur auf den geschossen, wo der Name stimmt. Prost. Cheers. Prost. 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 Ich glaube, über Phase eins des Spiels kommen wir heute Abend nicht mehr hinweg. Also, sogar Phase zwei. Ich hoffe sich irgendeiner noch wieder anders überlebt, hier. Das Spiel hat Phasen? Ja, ich habe tatsächlich sage und schreibe drei Uneinnehmlichkeiten für euch heute ausgedacht. Also ich habe Open End. Also bei Uneinnehmlichkeiten hast du bisher versagt, muss ich dir sagen. Ja. Yes, ich habe es wieder geschafft. Ich habe wieder versagt. Ich mache meinem Namen alle Ehre. Außer, dass wir wieder verlieren, seitdem du das eingeführt hast, die Phase 1. Nein, das ist erst so, seitdem Spielmann hier ist. Das hat nichts damit zu tun, dass alle wild auseinanderrennen und sagen, wo ist Arschloch. Das ist meine Schuld. Das ist meine Schuld. Oh, der, was der mal läuft. Sehr gut. Ich bin einmal ein Faser. Die Pfeil ist im Zentrum. Ich bin dran schuld, dass Mürmi jetzt die Abschlussprüfung bestanden hat. Genau. Ich habe noch keine Energy oder irgendwelche Heat Skills freigeschaltet. Habe ich erwähnt, dass mein Mac eine Hitzeffizienz zu 1,51. Warum nicht der Stroh und warum tracht ihr alle Masken? Ah, die Tekken, Jungs. Also, einmal Krawallbürste. All my teamania. Leiter Kontakt, Echo 5. Alles wie immer. Die Lander. Au, 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 au. Tage, okay. Und, 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 und. Wie ist das Case? Und wichtig. Wann spielt der in der LM? Ach, sich mal. No. Tali, was bist du? Wer bist du? New Target acquired. Twilight fehlen hier oben unwichtig. Alles unwichtig. Ja, aber Wie ist jetzt ein Torz, könnten wir nicht mal umhauen, weil ich die Zahnzeit dran gewiesen. Zusammen mit mir und mir, so ein Sturz, eng. Geht mal rein und bleibt nicht da aus dem Eingang stehen. Ich wollte gerade hier sein, muss schwarze Eingang auf der Gästehen. Geht rein, Jungs. Ihr verstopft alle anderen mit Wegen. Haha. haha ja ich kann euch auch mit meinen naja die sind aber leider nicht auf 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 ja die stehen die sind bei uns in der Gruppe los ach das sind krass die die haben 2 in der Gruppe wow sind genau die beiden die nicht bei uns in der Gruppe sind Oh, ich hab die Reihe dort wieder gefunden. Also angesichts des Stands sag ich mal Echo 6 Top-Doss. Guten Abend, Ari. Also Leute, auch wenn es hier statt aus Akku ein Ziel ist, wir dürfen zurückschießen. Entschuldigung. Ich beweise die Präzision eines Kükens, Ziele anzusagen, die dann auch wirklich zu finden und zu töten sind. Ausgezeichnet. Eigentlich wollte der Dilettant ja ein bisschen Kommandos geben, aber mehr als die Ziele ansagen und welche getötet werden, wird noch nicht geliefert. Nöp. Insubordination. Wir werden alle sterben. Oh Gott. Sind alle gestorben. Zu spät. Ja, ein Leitmacht zu steuern und Fehler geben, achte ich doch gerade als sehr schwierig. Also, Ziele sind Scarface und Dr. Banzai. Niemand benennt sich nach meinem Kater und überlebt das. Artillerie-Strike online. Ich hab die Neu-Tro-Spiegel. Was machen die? Die leuchten. Neu-Target acquired. Stürmen wir immer noch den Berg, oder? Jep. Wer vielleicht stürmt? Neu-Target acquired. Neu-Target acquired. Wie war das Banzai? Sir Banzai, also Dr. Banzai und... ...Putzgarface. Die gucken bloß in den Arm. Das ist doch gar nicht. Boah, das ist weg hier. Mein Grütter! Boah! Boah! Ja! Ja, komm! Wer hat Banzai gekauft? Kuri hat zwei Punkte. Target acquired. Wir gehen erst zum Gewinner und warten bis zum nächsten Mal. Schreifen wir die gerade tatsächlich über Hotel 10 an? Hinter uns. Hotel 10, Dr. Banzai. Kuri hat's wieder bekommen. Ja, hinter uns kommt die ganze ganze Zeit. Abou Gustav ist. Hotel 8. New Target acquired. New Target acquired. New Target acquired. Die haben wir jetzt beide 10er raus. Nein, Scarface ist noch am Leben. New Target acquired. Vorsicht, Delta. UAV activated. Ihr wisst schon nichts. Ihr holt das 10 hier. So eine Lanze habt ihr irgendwie nichts anderes zu tun, als auf euch drauf zu wichsen. Target destroyed. Scarface is down. Ja, ich hab's. New Target acquired. Ja, jetzt nicht. Ja, jetzt nicht da. Ja, jetzt nicht da. Target destroyed. New Target acquired. 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 Lass uns nicht. Schau. 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 Jetzt zur Arbeit! Smells M. Gryphon! Ja klar ist ja gut. Ü-ähh��! Ich weiß nur du inquisit frequently. Aber ich war ja topfrisch. Ich kam ja nur von allen Seiten. Das war halt so klassisches Gangbang. Da stehe ich ja normalerweise drauf, aber... Ach, Sagadi. Gaypornos. In alle Löcher. Nur fünf... Äh, nun mal so eine Frage in die Runde. Galjin, du bist ein Neuling? Ja. Wie lange Neuling? Anfang des Jahres. Also knapp. Ein Monat weniger wie ich. Okay, alles klar. Dich mobb ich heute. Gut, mach das. Kann ich ab. Also weil ich jetzt gerade so ein unheimlich schlechtes Gewissen gegenüber Icewolf habe, machen wir jetzt Taktik Turtle. Nämlich wir werden uns jetzt um ihn herum versammeln. Unser Drop Leader hat gesprochen. Also Taktik ist bei der Map auf jeden Fall alle zur Brücke auf der rechten bzw. linken Seite. Ziele sage ich gleich wie gehabt an, aber dann immer schön um Icewolf herumbleiben. Also immer, dass er im Zentrum der Aufmerksamkeit ist. Und nicht schießen kann. Ich meine das so. Ich will, dass um ihn herum versammelt wird, wenn er sich langsam Richtung Feind über die rechte Flanke bewegt. Beziehungsweise linke, je nachdem. Immer vor ihn stellen. Sollte ich einen sehen, der sich jetzt sicher an diese Anweisung hört, der wird mir als nächstes Target vor mir gecohlt. Das ist schwierig. Ja, jetzt kann ich endlich mal meine kommunistische Ader raushängen lassen. Du hast ja jetzt nicht gesagt, ob in einen Kilometer Entfernung oder innerhalb von zehn Metern. Innerhalb von zehn Metern. Denk dran, du de Tant. Ich hatte heute schon ein Ding. Kreischer, der kreischt schon so danach gecohlt zu werden. Und T-Virus-Wombard. Kreischer und T-Virus-Wombard. T-Virus. Fox trotz Sex. Fox trotz Sex haben wir das Eiswölfchen. Schön immer Gruppen kuscheln. Dicht dranbleiben. Ich sehe uns, dass ich alle in einem Mörderball draufgehe. Ja und? Das ist so der Spaß an der Sache. Warte mal, warte mal. Target acquired. Nein, verdammt, ich bin runtergefallen. Nochmal. Du warst nicht mehr ansonstenweise drauf. Echt? Okay, meine Herren, jetzt bitte Richtung Golf 5. Immer um den Eiswölf herum. Richtung Golf 5, bitte. Am Reisegruppe. Wo ist der Regenschirm? Eiswölf ist der Regenschirm. Folgen, folgen, folgen. Nicht zurückbleiben. Folgen, folgen, folgen. Da hat er so einen schönen Weg abgeschnitten. Verdammte Scheiße. Nein, verdammt. Ey, wer ist da gerade einzeln so irgendwie in der Mitte? Was soll das? Das ist ja auch schon schmack. Hey, Torego. Alle über die Golflinie, bitte. Alle über die Golflinie. Immer dem Eiswölf in der Nähe bleiben. Nicht vorrennen. Nicht hinterher bleiben. Immer dem Eiswölf hinterher. Ich wusste mir, dass es gerade unangenehm sei. Das ist auch viel aufmerksam. Ja. Immer weiterlaufen. Nicht stehen bleiben. Immer weiterlaufen. Reisegruppe. Jeder war ein Kreuz. Kein Just Attempt. Der Wohlfohl ist mir. Charlie, Charlie, Target. Wasser, Charlie, Target. New Target acquired. Heat level critical. Der Wohlfohl ist mir bei mir vorrennen. Eiswölf, nicht vorrennen. Ich wurde... Ich wurde... Du wurdest geraped, wurdest du. Oh Gott sei Dank. Ausgaben, ich weiß, ich schaue noch. Das ist auch gar nicht. Schön weiterdrücken, weiterlaufen, 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 nicht stehen bleiben. Groß am Wälder. New Target acquired. Heat level critical. Ach, scheiße. Schon jung. Delta! Artillerie strike online. Ich bin der Kreischer. Ah, ich bin der Kreischer. Arrivo. Arrivo, zwei Punkte. Na, komm her, ja. Und jetzt in den Rücken. Jawoll. Kuritz, ein Punkt. Fuck. Danke. Hehehehe. Prima. Prima. Gol 4. Und bewegen. Punktdüsenkolle. Spring, spring. Ist Eiswolf noch am Leben? Und er drückt. Eiswolf ist noch am Leben. Genau. Haben wir noch alles richtig gemacht? Er drückt. Hehehehe. 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 Und der nächste zieht direkt an. Krabket, doch da. Genau. Und wieder erdrücken ist kein Ziel da. Doch, da. Mul Witwe. Es wird noch ruhig gesagt. Das war's dick. Gal'jin, du wirkst so ein wenig gestresst. Wieso soll ich gestresst sein? Letztlich ist der Kampf nicht so viel anders, als wenn ich alleine droppe, oder? Ja gut, du hast ja jetzt auch jemanden als Droppleader, der eigentlich dafür prädestiniert ist, es alles falsch zu machen. Ich bin übrigens ziemlich enttäuscht vom Team. Wir haben Eiswolf ganz schön alleine gelassen. Sobald wir Erz sind, weißt du, Erz sind natürlich super, bis wir bei den Gegnern an und auf einmal brechen wir alle aus und lassen Eiswolf alleine. Nee, das war voll scheiße. Nee, das andere war Dilettant. Nee, Dilettant hat gesagt, Ziel Charlie, das war der Sumner, der über das Wasser gerannt ist und aller Lüge umgedreht, du weißt doch nicht. Aber Spiele, das würde implizieren, dass ich in der Lage bin, mich zu verbessern. Das bist du ja auch. Das weißt du ja nur noch nicht. Ketzer, verbrennt ihn. Das ist Gotteslästerung. Muss man einen Atlas von hinten beobachten, der hat voll den geilen Hüftschwung. Nee, nee, nichts geht über die King Crab. Nee, der Atlas. Nur der Atlas. Der Atlas, ja. Der Hüftschwung vom Atlas ist einmalig. Nein, tut mir leid, ein Atlas hat mir zu viel erotische Nutzmasse. Oh, diese Bilder. Diese Bilder. Dilettant hängt auf einem Atlas. Nimm mich. Von hinten. AK-20. AK-20. Vorbild, du bist dabei gewesen, als ich es mal gebracht habe, dass eine King Crab anschließend der Arsch gebrannt hat wie die aufgehende Sonne. Ja, das war sehr, sehr witzig. Start mal. Das stimmt. Galjan habe ich noch gar nicht in die Liste eingetragen. Der macht jetzt auch mit. Du bist jetzt auch mit drin, Galjan. In welcher Liste? Herzlichen Glückwunsch. Du bist auf seiner Liste. Genau. Wann kommt der Kühlschrank? Wie wir alle. Kann doch bitte jemand anders das mal erklären? Ich habe das jetzt so oft heute erklärt. Der Kühlschrank kommt. Du erklärst es immer mal. Nein, zwei Gegner und die musst du abschießen. Ja, das habe ich ja schon gehört. Wenn du den ersten abschießt, gibt es zwei Punkte. Wenn du den zweiten abschießt, einen Punkt. Und dann wirst du durch den Dreck gezogen im Forum. Und ich habe für mich fünf Gummipunkte, wenn ich überlebe. Gummipunkte, die mag ich. Genau. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Habt ihr euch das mal auf anderen Sprachen eingehört? Nee. Auf Russisch ist das ziemlich geil. Müsst ihr mal auf YouTube suchen. Gummibären, Soundtrack und dann auf anderen Sprachen. Alle Richtung Tunnel bitte und immer aufpassen, dass der Eiswoll hinterherkommt. Rutsch. Hast du gerade einen Link geschickt? Wer sind jetzt die Bösen? Also die wird töten zwei. Weasel und Knoppers. Silent Weasel und Knoppers. Okay. Eiswoll, ich wollte mich lieber in die andere Richtung sprechen. Okay. Wenn wir jetzt hier hochgehen, haben wir... Ich glaube, es ist jetzt komplett ein Standard-Trade. Oh, nun geht es. Come my minions, pray for your master. Let your evil shine. Okay, Leute, ich habe einen sekundären Ziel. Alle auf jeden Fall. Ich mache einer Feldherr, ich stehe auf dem Berg. Nein, nein, zu den Tunneln, alle in den Tunneln. Nicht jetzt irgendwie in Deckung gehen. Alle in den Tunneln. Das gilt doch für dich, Ari. Nein, 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 nein. Genau, was verloft euch alle in die Beine? Vorher. Ja, lauf, Ari, lauf, lauf, lauf. Deswegen sage ich das ja. Lauf, verdammt, lauf. Ich frage den Wohne von dem Wartwolf. Wir werden von einem Leistenverfolg umdrehen. Alle umdrehen, Leidenverfolgung. So, weiterlaufen, jetzt wieder umdrehen, weiterlaufen, durch den Tunneln, durch den Tunneln, weiterlaufen. Himmel, hättest einen alten Mann doch nicht so. Ja doch. Zwei Jahre deines Lebens und sich klappen, was ist heute mein Ziel. Ey. Mein Medium, ich bin der Erste, der stirbt. Hier, Leiteneigern vom Tunneln, zweimal unterhalb. Silent Weasel, geht ihm. Silent Weasel, Charlie, auf ihn. Alvin, Wicke, grüle. Alvin, Wicke, gerabt. Ja! Jetzt würde ich jemanden schießen mir hier in den Rücken. Ja, ich bin da. Ja, hinten, ganz auf mir, Jungs. Wir sind eingekesselt. Von deren Tunnel-Eingang kommen drei Flips. Äh, leckt das gerade mal weg. Ich krieg mehr Feuer von den Klimas und den Gegnern. Was ist egal, der kommt gleich. Der Flips ist immer nur im Kreis. Immer weg. Weiterlaufen, bitte weiterlaufen. Hier gibt es nichts zu tun. Immer weiterlaufen. Okay. Nein! 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 Ich bin Dohrer drei Flips, ich weiß nicht mal weg. Ja! 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 Ich bin Krabbel! New target acquired. Sehr gut gemacht. Push ihn! Ha! Okay! A-Fallway. Target destroyed. Artillery Strike online. Revi, da müssen wir aber genau in die Schuss machen. Ich muss mir einen Namen für diese Taktik-Altone nennen. Da ist so eine Hinterrichtung, Jungs. Ich mag gar nicht wissen, wie viel Ding-Bamage, was ich jetzt gemacht habe. Wuscht mal in Richtung D3 raus. Ich bin Galian. Ich weiss es auch nicht, wie viele LRMs in eurer Drückung gelandet sind. Oh, da liegen die Leute. Lühe, ja. Große Auslander anzuwarten. Boah, gehts weiter runter. Ah, neuer Feind. Kilo, rechte Schulter. Oh Gott, da zieht aus Spülmanns Sicht. Fertig, da zieht die Taktik gleich in den Schuss. Fertig, Fertig. Fertig. Fertig, Fertig. Jaa! Wieso bin ich da der Bischweil? Ja, zwei Sekunden für Eiswolf. Dann hat es noch zwei Disconnects. Target acquired. Ne, beide nicht stimmt. Target destroyed. New Target acquired. Eiswolf lichtet aber los. Dann nehme ich meine Taktik-Bien herum an. Ich frage mich jetzt auch, was der Kechner gerade denkt, dass wir alle in den Tunnel gerannt sind. Ja, vor allem. Wir sehen so nach Puck-Gruppe aus. Deswegen haben die auch disconnected. Ja, stimmt. Wir sehen echt nach Puck-Gruppe aus, ja. WB-Kerl. WB-Kerl. Tut mir leid. Alles gut, wir haben gewonnen. Ich hoffe, dass wir uns gebracht haben. Keiner so stark. Habe ich jetzt gar nichts drauf gehabt. Mann, 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 Mann. Und was hat die jetzt vor? Wir machen jetzt eine Bolognese. Eine Bolognese machen wir jetzt. Und ich führe die Bolognese an, weil ich will sterben ohne Schaden machen. Ich will sehen, ob ich dann falle. Ne, das hilft ja nicht. Wir müssen ja dann auch gewinnen. So, Vogelchen, du schreibst das bitte in der kompletten Spielgruppe und so, dass du auch die Gegner weißt. Wir machen jetzt eine Bolognese. Im Ohr-Chat. Ich weiß aber nicht, wie schreibt man denn Bolognese? Auf Englisch oder was? Ist das nicht dasselbe? Schreib doch einfach. Was soll ich denn denn jetzt schreiben? Hi, Enemies. Jetzt müssen die alle schreiben, wir schreiben Hi, Vogel. Schreib mal bitte alle rein, Konga-Time. Der Dilettant ist unser Führer. Also lass ich mal machen. Reiter online. Singles online. Reitens online. Denn nun geht sie los, unsere Bolognese. Okay, also treffen wir uns hier unten bei Charlie4, dein Zwischengang. Ich geh eigentlich vor. Treffen Charlie4, Vogel macht den Anfang, der Rest reiht sich ein. Was ist denn die Mindestgeschwindigkeit, der Maximalgeschwindigkeit? 30. Also ich hab jetzt auf 1 gedrückt 15,3. Jetzt wie geil, ich geh euch aus dem Käse. Da musst du. Überleg gerade alle in Charlie4, da komm ich nicht hin. Ein bisschen schneller machen, mach mal so. Sind die nicht zu uns dazugehören? Doch, Ismo, der Blackjack, Battlemaster. Ja, aber ich komm da nicht hin in Charlie4 ohne riesen Umweg. Ja, dann machst du den Umweg. Wir laufen nur mit 28. Nein, da kommen die Gegner, da kommen die Gegner. Egal. Du wartet 15,3 hier aus. Doch noch eins mehr. Ah, da muss man jemand ein Video davon machen. Wir sind bescheuert, glaube ich. Darf ich schießen? Darf ich schießen? Na, schießen wir ruhig. Ich hab... Aber schön in der Reihe bleiben. Üb, üb. Aufrücken, aufrücken. Wenn einer fällt, aufrücken, genau. Was? Nicht so ein Signal, ist das in den Rücken? Oh, hinter uns. Hinter uns nicht bleiben. Hinter uns nicht bleiben. Nicht stehen bleiben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so viel Schaden wegwisten kann. Ich probier. Ich muss aber jetzt noch irgendwie gewinnen, damit ich sehen kann, ob ich... ... Schau mal das. Entschuldigung. Ich müsste aber jetzt noch irgendwie gewinnen, damit ich sehen kann ob ich... ...aufstecke, also jetzt gewinnt. New target acquired. UAV activated. So krank. Hehehehe. Vorhin die Geschwindigkeit. Ich werde den Leuten so gut durchhalten, weil 29, 28... Das Schlimmste ist, wir haben tatsächlich einen getötet. Hehehehe. Und er ist zwei selber verloren. Deshalb wohl selbst unsere Leid so langsam unterwegs sind. Richtig. Ich bin tot, ich bin Muffiker. Er hat sich für seinen Führer geopfert. Genau. Ich habe die Schlafformation der Leamingtrain angeführt. New target acquired. Target destroyed. Sehr schön. Ja, der Nix. Target acquired. Epsilon. Schneller. Mindestens 50 kmh. Epsilon. Jawoll. Und um die Ecke rum. Los, vormwärts. Boxtrot. Besterben. Es dauert jetzt eine Minute bis du oben bist. Ja, der Kaleran hat sich so ganz kapiert. Er hat mir den Rücken aufgeschossen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Oh nein, wir verlieren. Ach man, bin ich ja innen draus, ob ich jetzt falle. Jetzt falle ich richtig fett. Wer tot ist, darf gern nochmal Kongra schreiben. Was bedeutet Kongra? Wieso bezeichnet die Amerikaner, die Bolonese? Ah, okay. Die müssen sich doch sowas von verarscht vorkommen. Die müssen sich doch sowas von verarscht vorkommen. Vor allem haben die auf der Laufe auch ihren Spaß gehabt. Vor allem schreibt er da noch Good Game. Der war jetzt so verwirrt, dass er einfach nur noch GG schreiben konnte. Das Geile ist, warum habe ich 5 Matchscore? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Formation war es anwiesen. And until next time, McWarriors.